I'll seek you out. Flay you alive. Okay, dann spiel ich jetzt Wii U, Alter. Was hab ich geschrieben? Achso, naja. Oh. BK, 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 KANISH, KANISH. Da, ich hab's, Ich hab's. Okay. wollen wir da mal aufhören wollen wir ja ich glaube wir haben genug jetzt hatte deine mutter beleidigt das würde ich jetzt persönlich nehmen ich auch oder wird es nicht auch persönlich gemeint um der ohr alter krieg wird ausbrechen ich glaube ich dass das war ja weil er sterben sorry weil du hast angefangen für die leise vor allem weil er der neue jahr steht überhaupt ja weil er nicht das ist so cool ist es nicht nur wegen julie du bist nie wieder dabei verpest nicht er hat sie leben die sie sind abgebrochen mit hauscht zu tun ich habe es dazu und sie ernannt verprügelt sich kann einfach nur verprügelt wir haben andere Schulzeiten als das nicht ausgelassen es hat der andere Schulzeiten Juli West-Bundesland-Bundschul ich habe eine Bratwurst Thüringen ok komm lass aufhören Jungs warte 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 ich muss ich muss das Ding noch fahrte ich bauen kurz Mehmet wo bist du? ich baue die Zerse nach Zähne was? ich baue die Zerse nach Zähne ich baue die Zerse nach Zähne anderen so rum Haus dann können wir auch fahren was machst du die ganze Zeit? hab ich ja was für ein Ding Wehe zu Mehmet Mehmet geh weg Mehmet geh wirklich weg, jetzt töte ich dich auch Oh, ich hör wieder Geräusche Hier lagen sie auch noch so Nein, das wurde dann bei mir Was ist es? Ähm Scheißgefühl Hallo, Scheißgefühl ist meins Würde mir stinken, wenn ich du wäre Jetzt geht der Bitch bald los Fehlt dir noch irgendwas? Ähm, ne Na doch meine Feile Von deiner Level Der hatte keine Level Ich hatte keine Ich hatte eigentlich 6, aber egal Kann gar nicht sein Doch, ich hatte wirklich So, ich würd sagen wir beenden jetzt die Aufnahme So Leute, das war's dann mit der Season von Minecraft Das war's dann mit der Season von Minecraft Das war's dann mit der Season Nein Ne, die wird noch tausend Folgen weitergehen Mehmet lasst den GETZT Ja, okay, ist okay Was, du? Ja, ist okay, ist okay Was, du? Was, du? Das wird Juli das Hausfertig bringen So, Cheezer-Folge bis zum Gehtnicht Dann kann ich nicht mehr Und es macht doch einen Nice Ne, ich hab' dich halt auf, sie zu schlagen Ich hab' mich nicht so schlagen, Mann Juhi, geh' einfach jetzt Aua! Ja, ich will noch mal eine Sache wieder haben Ich hab' deine Sachen wieder Ich hab' deine Sachen nichts Wenn die kommt nicht so mit Unterhose Juhi, kann aber auch nicht gehen Er legt's drauf an ich will meine Sachen die Bekäufe nicht füchtern der Zombie hat mich angesteckt auf meinem Moment hätte mich jetzt nicht schlagen können da habe ich gerade die Hausleiter Wasser er weiß Juli aus dem Brand gelöscht da war Wasser okay lass jetzt spielen ich will nur spielen Juli was machst du? ich baue Blöcke ab weil Mehmet mir meine Sachen wieder gehen soll die kannst du vergessen Mehmet würde deine Sachen nicht wieder gehen ruhig mal zum Bett okay warte ich na wo rennt er hin? schon muss nicht so ich grabe mich jetzt bei Floh unten in die Bude und bei Walle noch einen Block runter, setz den Block wieder hin und ok also lass aufhören ich bin fertig nein ich bin wirklich fertig ich auch warte Jungs das muss jetzt einfach mal sein Moment ich will bei mir da und wieder oha 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 es gibt Krieg ich bin beim Schluss neun 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 ein Steinblock neun masel ich hab auch ne aufnahme ich hab auch ne aufnahme Hihihi wieso stirbt der? Keine Luft Arrrr ich hab doch was LoL der ist ein Schwein LoL ich hab's erlöst er hat erlöst zumatik 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 ah ja leute wir sind ja keiner zumatik zumatik vor allem machst du es in diesem netzplay was übel sinnvoll ist zumatik faker wo ich mich wieder bis 56 tschö ja an klick mal drauf dort fack er hat mich hier bei 31 mal mehr was er ist von eh wieder hier juli Du Jubi, Jubi, Alter. Memet, renn! Warte, warte, warte. Wir sind ja beide in ein Loch. Das wird lustig. Pass auf, wenn du dir ischen Zombie. Memet, du dürfst das OP haben? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich hab kein OP. Ich hab kein OP. Ach, nur weil es so schön ist. Bist du eine Hure? Ich hab 5 Leben. Leider kriegst du noch mehr abgezogen von mir. Muss ich auch mal tüten, bevor die Folge zählen ist. Alter, du Hure! Komm, einmal ein Fight, weil die Folge zählen ist. Nein! Wie viel Level hast du? 11. Ich hab 6,50. Mach's nicht, kannst du nicht tappen, bitte. 10 der Folge, unendlich 1000. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Geh mal bitte direkt die Hunden. Marcel, bitte. Warte, mach ich. Danke. Dann hört auf, euch jetzt zu boxen, ok? Bist du am Haus oder was? Ich bin hinter dir. Nein! Das ist mein Name des Prozessortes. Warte ich mal. Komm mal her, wo bist du? Das hat dich so. Äh, auch da ist ne Änderungsmaß. Boah, 4 Stück. Ok, dann lass jetzt aufhören. Boos, ist Spitzhacker, oder? Jo, hab ich noch eins mehr. Jo, hab ich noch eins mehr. Was denn? Boah, ich hab ne Neck. Wieso? Wieso? Du stehst bei mir in der Luft. Ok, Leute, ich bin jetzt mal auf der Arbeit. Keine Ahnung, was die anderen jetzt machen. Moment, Moment, Moment. Dann sag ich jetzt hier, bis zum nächsten Mal und dann tschau. Ist halt kaputt.